Ja, wir haben tierisch Bock, heute auf die Bühne zu gehen. Immer wieder die Leute, die vor der Bühne stehen, die zu motivieren, die zu unterhalten, das ist unsere Aufgabe und das macht uns tierisch Spass. Die Musik ist sowieso toll und was ich jetzt im Moment spiele, mit den Weltcats, finde ich absolut klasse. Es ist einfach nur die Energie, die die ganze Band verspült während des Konzerts. Vor allen Dingen der Schrader, der haut mich hin und weg. Torben ist ein super Frontmann und bringt da frischen Wind rein und das ist genau das Richtige, was die Band braucht. Wir halten aber die Tradition nach wie vor im Auge und das macht die Räuber aus. Ich höre es gern und nicht nur an Karneval, von daher bin ich gerne hier. Ich mag die einfach. Räuber ist einfach kölsche Mundart. Räuber ist ein Gefühl. Meine erste CD war wirklich von den Räubern und das waren die Vögelein vom Titicacasee. Die Vögelein, die Vögelein vom Titicacasee, die heben, wenn die Sonne nach der Schwänze in die Höhe. Ich schätze mal, dass die Traditionen irgendwie behalten wollen, doch neue Wege gehen wollen. Also, da mache ich mir keine Sorgen. Die werden ihren Weg gehen und denken, der wird gut. Ich bin damit groß geworden. Ich bin mit den Räubern groß geworden und das ist für mich einfach so das Gefühl nach Hause zu kommen. Ich bin mit den Räubern und den Räubern und den Räubern und den Räubern und den Räubern. Ich bin mit den Räubern und den Räubern und den Räubern und den Räubern. Ich bin mit den Räubern und der Räubern und den Räubern und den Räubern und den Räubern und den Räubern. Vielen Dank.